Hallo und herzlich willkommen zu MyCraftAdvents, aber es ist hier wieder mit Pasi, René und mir, dem Flow. Ja, wir sind letztens bei Level 35 stehen geblieben und machen hier zweiter. Passiert in erster Sprache. Ich hab bei zwei. Oh, ich auch. Ja, bleibt man nicht in Sehensand ein bisschen stecken? Ja, man ist ein Achtel nur. Man versinkt ein Achtel. Oh Gott. Wo bin ich denn? Pasi, wo ist du? Na, ich bin nochmal über den Sehensand. Boah. Fail. Da wär er auch gerade. Ich verkackt irgendwie ein bisschen. Äh, wir kann mal voll schicken. Ja. Ja, aber nicht hier jetzt, ne? Oh, fuck. Der Real ist auch erlaubt, weil er... Weil es leider nicht geschafft hat beim letzten Mal, oder? Das ist eigentlich gar nicht so schwer, der Sehensand. Natürlich, natürlich. Ich sag, es ist gar nicht so schwer und da falle ich runter. Tja. Okay, ich hab jetzt auch so. Ist auch nicht so schwer, aber dadurch, dadurch, dass man bremst, springe ich automatisch nochmal. Ich hab jetzt auch ungefähr. Ja, da war ich auch gerade. Ich hab jetzt auch den Dreh raus. Och, wie so folgt, ich entschied mich, idiot. Nicht Schiede, nee. Das ist nicht erlaubt. Nächter Metter, nächster Fehler von Mettersteller gefunden. Ach, hier ist dieses Schied, ach so. Ja, was geht auch ohne Schied, das ist ziemlich einfach. Ja, aber trotzdem, trotzdem ein Schildschreiben, einen Fehler gefunden. Soll ich da jetzt ein Schildschreiben machen, oder was? Mhm. Haben wir doch bei dem einen gerade auch nicht. Ach so, doch, das haben wir, äh... Nein! Och! Fehler von Mettersteller-Wäh, haben wir das ja genannt. Mhm. Das wird heißen... Cheetah-Wäh. Nein, auch Fehler, auch Fehler von Mettersteller-Wäh. Nein, Fehler von Mettersteller 2. Ja, ey, geht. Ja, Pieck, diese Sachen nicht gefunden hat, Fritz, frage ich mich. Warte, ich mach das, nein, ich mach das okay. Das stellt dahin. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, bis sie was fällig ist, aber... Wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt mach, ist es egal. Nenn es wieder Fehler von Mettersteller-Wähler. Hm, nicht anders. Mann, es gibt jetzt oft, zack. Ja, komm. Und da drunter noch eine 2. Ja. Aber jetzt in Klammern, oder? Darf man... Also, den darf man jetzt nicht nehmen, ne? So, ich hasse das, wenn der jetzt von den ganzen South-Send, dann auch einmal auf diese... Wie da auf normale Blöden. Loll. Oh. Oh, fail. Oh, ist der Asi. Fail. Ich hab's, yeah. Hammer. Ich hab's gefehlt. Ja. Slash Game Mode. Oh Gott, jetzt kommt der Game Mode. Ja, was, ich will euch zuschauen. Ach, shit. Ich glaub, das war das zweite Mal, dass René was, äh, als erstes geschafft hat, ne? Scheiße, was weiß ich. Ist doch schluppe. Das war aber auch voll leicht. Das war aber auch voll leicht. Ja, los, Pasi. Ach Gott. Es ist blöd. Es ist blöd am Seelensand. Ich weiß nicht, wann ich abspringen soll. Immer am Ende. Also, wirklich kurz zum Letzten. Spring, fang du an. Du bist der Erste. Du bist vor mir hier gewesen. Warte, springen doch nicht? Nein, mach ich auch nicht. Okay. Jetzt kannst du ruhig springen. Pfff. Nein. Ich find, die springen ja eigentlich sogar leichter als, äh, normale Sprünge. Sind sie auch irgendwie? Ja. Bildert euch jetzt nichts ein, René. Ja, doch. Oh Gott. Den hier kann ich nicht. Da, da springt der bei mir irgendwie nie. Oh. Und dann, dann ist das Problem, dann läuft der René die ganze Zeit vor meinem Sichtfeld. René, kannst du das mal verlassen? Ich war hinter dir, Pasi. Ja, aber dein, aber dein Kopf war in mir drin. Du darfst, du darfst die Map jetzt nicht, äh, die Challenge jetzt nicht mehr betreten. Ja, am Arsch, ey, das haben wir vorher auch nie gemacht. Ja, aber du hast ja, wir haben auch nie gestört, so. Ich hab auch nichts gestört, ich war hinter dir, du Idiot. Aber dein Kopf war in mir drin und da konnte ich nichts sehen und mich einfach dran vorbeigelaufen. Wie denn, wenn nicht ein Block entfernt von dir war, du Idiot? Warst du gar nicht, ich war auf dem Block da. Auf dem Block war ich und da standst du in mir drin. Nein, ich war hier. Nein. René, betritt einfach nicht mehr die Challenge. Ach, ich hab hier, ich war hier gelandet. Oh mein Gott. Betritt einfach nicht mehr die Challenge. Ja, und da konnte ich nichts mehr sehen und dann bin ich runtergeplumpst. Die Plumpssark, Klaps. Ja, pass. Ja, kup um. Ja, sauber, komischer Flo. Katze, Rettmann, tagstellere d. Klar. Ey, wie schnell der Tag hier umgeht? Ich check das doch nicht mehr. Nein. Ach. Fell. Ach, ey, kompletter, doch runtergegelt. flogst du schon einmal auf den auf den nicht Sandblock geschafft der Sprung hier von auf den hier ja den habe ich schon geschafft ich nicht aber danach drüber danach habe ich toll dass du Tag gemacht hast Radeel finde ich ganz toll von dir ich habe auch time at 0 gemacht du bist halbster machen aber keine Welt geht auch ja merkt man das ist auch zahlrein nein es heißt dass du das um das wird sauberer der sauber macht plus also der Seelsatz sieht mit diesem Text auch ziemlich cool aus muss ich echt sagen ja er ist aber nicht weil ich das ist ein guter das sind die Eintracht Ecke das habe ich nicht mehr auch zu sein Patti 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 auch schon kommt schon geschafft ja aber auch der Sprung hat er macht jetzt auch Geld jeder bleibt jetzt stehen bis ich fällig bin weißt du Kiosk hier kriegst du Kienzen für Köln doch du willst ein Keks haben ja mehr gehabt er ist es auch nachher sind meist du ein Keks 1 es ist ein Zitron Keks nein in Zukunft hat er gezeigt es ist einfach nur ein Keks ein Schokokeks weil er der Keks hat mich abgelernt bei sie ich habe gar nicht auf dem gleichen Block wie du ja bei der Strasse vor mir runtergefallen ich habe die Reine ich habe Videobeweis Jamm 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 Keks für Kekse Keks guck ich stand grad hier da ist er runtergefallen Patti für dich geht jetzt dasselbe du darfst die Challenge auch nicht betreten ja du störst mich nämlich du darfst auch nicht reinwerfen du bist immer noch dann darfst du aber auch nicht da in die Nähe der Challenge weil hier schon betreten du bist immer noch ja ok nur das ist total dämlich hier Anlauf zu nehmen du musst hier guck mal du kannst mich mal Rene deine Tipps kann ich gar nicht gebrauchen war nur ein gut gemeinter Rat also ja der ist aber scheiße oh Gott ach ne hier war ja das Eis stimmt ich dachte ja jetzt kommt noch mal Eis oder was ne ich dachte jetzt kommt Eis auf 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 da wird man nämlich noch langsamer sag an sicher sicher nein fäll hier ist ja ne Truhe ach da sind ja Boote drin wow hey noch nicht die nächsten hier nein ich hab nur die Truhe da gesehen ich hab ne alte Challenge jetzt grad noch mal gemacht haha boah nee der war richtig gut dich ab ey äh ja äh Hasik komm mal zu mir wissen du Portima wow hä lol ah was ist das hier Hilfe Ruckel Ruckel ok lies doch I just laugh laugh walking on the keyboard what ja er mag es einfach auf einem keyboard zu laufen lol was ist hier los hier sind öfters mal solche Räume Räume ja da wir hatten wir hatten wir hatten eine Truhe gefunden da war ein Änderrahmen Änderruhe und ein Skelettschädel drin und ein Zaubertisch Florian hat jetzt grad bei mir voll rumgebackt ja das ruckelt grad voll Hilfe Hilfe Mami ok ganz ruhig oh Florian ja weißt du was jetzt voll Spaß machen würde ach du ach so du hast das ja auch jetzt noch an ne ok ich mach das kurz aus hau ab aktiviert du bist kacke ich bin es jetzt einfach so ja ok beendet scheiße doch nehmen wir jetzt noch auf oder nehmt noch auf oh oh ob das 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 schlafen richtig nicht nein ich hab äh Arscher für besser ok meine Mutter hat mich jetzt gerade gefragt ob ich Brötchen holen soll naja ähm Florian sind eine Zahl noch Gero rot naja und dann hat sogar das Geld übrigens auch mit aufgenommen cool cool fett wie es gab hä meinst du um rechts dieses kleine Ding oder was ja oh nein wie schlimm oh ja es ist daran bitte schlimm wirst du schon sehen es ist unprofessionell also du kannst mich machen ne ist das hier die nächste Challenge nein ich weiß auch gar nicht wie ich hier reingeplumpst bin das ist die nächste Challenge weil wir auch so professionell sind ne alter was hast du denn hier abgezogen oh mein Gott ja ja endlich ok jetzt auf den ja geschafft und auf den nein noch nicht und auf den wo geht sie raus läuft doch einfach nicht da war verschont koscher wenn wir verkacken dann hat sich die juli ich habe das offen zähl also ein bisschen nein kleines bis zurzeit ich bin ich drüber gechanter nein ich bin ja bei sowas wie einem Mini-Checkpoint Nein! Alter! Ich hab Diamanten! Ich hab drei Diamanten! Ja und hier ist ein Mini-Checkpoint Das ist hart! Das ist wirklich hart! Ja endlich! Ich hab's geschafft! Ja? Oh mein Gott! Oh, ich auch! Nicht so hart wie vermutet Superpassi Super! Hä, wo muss ich jetzt hin? Hier? Oh, hier ist das Schild, das ist hart! Ist das nicht so hart wie man denkt? Und der Sprung! Oh, das war ja wirklich nicht so hart! Eigentlich ist das ne ziemlich riesige... Oh, dahin! Nein! Hä, wo muss ich jetzt hin? Ach, da! Nein! Ach, nö, ne! Ne, wir beide gleich! Nein, nein, nein! Ah! Okay, hier! Was hier? Eine gleiche Stelle macht... Zack! Oh, Buggy-Sprung! Ach, da hell! Gar kein Sprung! Ja! Oh, oh! Oh, nein! Oh, ich bin doch hier, okay! Oh, kacke! Ach! Ach! Nö! Hä! Ich kann mich nicht so richtig aufregen, man! Ich hab die ganze Wut gestern schon verbraucht! Nein! Oh, war das dumm! Super! Hoppala! Äh! Super, jetzt sind wir alle drei hier! Ja, dann springen wir nicht! Ja, toll! Nein! Nano! Ja! Hä, wo geht der denn immer hoch? Ja! Wie? Der Flo ist doch gerade einmal runtergefallen! Wieso war der dann nach ne... Oh! Warum? Du bist doch schon einmal runter... Da? Und da? Ja, geschafft! Bäm! Oh, okay! Du bist doch gerade einmal runtergefallen! Wieso warst du nach einer halben Sekunde schon an diesem... Nee, nee! Äh, ich bin auf dem Block da, wo du drauf standest runtergefallen! Ja! Ja! Wo bist du hin? Wo bist du gelandet? Ja, genau bei dir! Boah! Ich bin drauf! Endlich! Nein! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, hier! Das ist gar nicht schwer! Ja, jetzt ist es sicher! Schwer! An diesem Sprung versage ich immer! Schade, ne! Boah! Jetzt kommt eine idee! Warte, rede! Okay, jetzt! Oh! Nein! Nooo! Dankar ich den Dreh raus! Warte, rede! Warte, rede! Warte, rede! Warte, rede! Warte, rede! Okay! Wieso? Ja! Jetzt ist alles einfach passiert! Wird sich, wenn er jetzt verkauft hat! Habs geschickt!